Schleswig-Holstein. Das Land zwischen den Meeren Nord- und Ostsee. Bekannt als der echte Norden Deutschlands. Aber nicht nur zwischen Nord- und Ostsee sind wir zu Hause, sondern auch an der Spree, mitten im Herzen Berlins, sind wir zu finden. Herzlich willkommen in der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Oder wie wir es sagen, Moin. Aber was macht eigentlich die Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin? Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die schleswig-holsteinischen Interessen im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten. Wir vertreten Schleswig-Holsteins Interessen gegenüber den Bundesorganen Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Und wir bereiten Informationen aus der Bundespolitik auf, die wichtig für Schleswig-Holstein sind. Wie in vielen anderen Bereichen auch, kommt es in der Politik auf gute Kontakte an. Je umfassender und schneller ein Land über politische Entwicklungen informiert ist, desto erfolgreicher kann es seine eigenen Interessen auf Bundesebene durchsetzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken dabei mit, dass die Verzahnung zwischen Land und Bund optimal funktioniert. Kurz, wir sind das Bindeglied zwischen Landes- und Bundespolitik. Dem Bundesrat, auch Länderkammer genannt, gilt unser besonderes Augenmerk. Denn die Länder wirken durch den Bundesrat bei der Gesetz- und Normgebung und bei der Verwaltung des Bundes mit. Mit vier Stimmen ist Schleswig-Holstein im 69-köpfigen Bundesrat vertreten. Und diese Stimmen können nur geschlossen abgegeben werden. Die Landesvertretung Schleswig-Holstein ist aber nicht nur als politischer Akteur aktiv, sondern auch als Veranstaltungsort. Und 23.000 Menschen sind jährlich bei uns zu Gast und erleben den echten Norden in allen seinen Facetten in Berlin. Die Landesvertretung Schleswig-Holstein. Akteur zwischen Bundespolitik und Landespolitik. Besuchen Sie uns auch online.